Wer fehlt denn bei uns? Karkizzi fehlt doch, oder? Karkizzi fehlt. Wo binst du, Digga? Ganz locker, Achsenmächter, Achsenmächter, doch 13, tja nochmal R1 L1, aber Marcel den Geburtstag wird eh Absturz von daher ist nicht so schlimm, ich verbreite mich schon nach vorne. Alles Gute zum Geburtstag. Hm. Wie lange? 2 Wochen. Genau. 1 Stunde und 13 Minuten? Ja. Ja, möchte ich. Marcel dann, in 2 Wochen. Ich? Hm. Als ich. Ich liebe denjenigen, der das gerade gesagt hat. Ich glaube da haben sich gerade 2 gefunden. Auf London Cox, bitte. Achsenknechte. Aber ich hoffe wir spielen heute wirklich auf Adonaz Kebab, hätte ich verbockt drauf. Ja, aber ich bin Adonaz Kebab. Alter. Kippstein. Klasse. Schon mal eine Map, die ich allgemein nicht spielen kann. Oh, geil man. Ja, mega. Ja, mega. London Cox, Junge. Digga, wer Flak ausgesucht hat, das weiß ich nicht, aber besser entscheiden. Ja, mein Knechte. Ey Tommy, wie geht's dir? Der schlechte Mensch geht's immer gut. Ich würd gern bei Achsenmächter A gehen. Nachher auf jeden Fall. Ne. Ne, ich geh nicht, ich geh nicht schlafen. Auf jeden Fall, Mann. Ich würd gerne auf A gehen, wenn ich darf. Perfekt. Ich geh mütter. Soll ich Winter gehen? Ich geh Winter, ja. Perfekt. Ey, den hab ich DSK gebracht. Oh, ganz viele auf B, ganz viele auf B. Ich grotier. Ja, alle auf B. Äh, on bomb, on bomb, on B. Zwei. Zwei, zwei. Einer noch. Einer ist im Backup. Einer hat von Mitte auf mich geschmissen. Oh Gott. Boah, wo kammelt der da rum? Einer ist in der Room, in der Room. Einer Uhr. Einer Uhr. Alles gleich verdreht rum. Erste noch. Einer Uhr. Einer Uhr. Einer. Einer Uhr. tschüss ich geh mit hier wirft jemand smoke alter oh scheiße wir machen ja auch nur oh nade hat mich mit wow vorwein vorwein und vor allem vor 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 also es ist so wie ich mit dem vip jungen vor 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 ich erinnere sie wie nur gegen das 6 vor 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 gut und ich gucke woher nein Nein! Hopp B. Two and two. Boah, ja, B. Der geht on bomb, der geht on bomb. Ja, zusammenreißen. Was machen wir jetzt? Äh, in und dem Schrimm stehen, okay. Also Uhr geht um einen rein, Vorsicht. Ich hab's gesagt, Uhr drin. Boah, einer von Weinhaus unterlaufen, alles klar. Geh die Fässer, geh die Fässer, geh die Fässer, Backup. Mann, kann man nicht mal den Mund halten, wenn... ... ... ... Wie kam ein C, ich hab noch keinen Bond, zieht euch mal hoch, mach mach mal jetzt ernst, Mann. Könnte ein A werden. Jawoll, okay. Nice Domi. Boah, was? Und der steht außen A. Links von dir, Dylan, da außen, in der Mitte. Mein Gott, Digga. Undern zwei. Oh, weinen. Guck doch, Digga, was? 0-7. Ich krieg Krisen. Wika, du musst ein Foto von dir machen. Dennis, lass mal was machen, Digga. 2-7 sieht scheiße aus, komm mal. Mager, Gabi zappelt mich die ganze Zeit vor, auf Facebook halt. Mann, Digga, komm mal wieder B. Denk dran, Uhr geht immer einer rein. Digga, Mineroom ist direkt immer einer. Und dann wird's gedoppeln, ey. Und dann wird's gedoppeln, ey. Wow, deadnade, boah heftig. Ja, Mann. Hast die auch abgekriegt, Kiezing. Boah, heftig, Mann. Ich kenn die nicht, aber. Ich kenn die nicht, aber. Ich kenn die nicht, aber. Gelb, Boxe. Boah, hinten, weinen, weinen. Gelb. 0-8. Ey, Digga. Ich geh mir nach der Map erstmal was zu trinken holen, Alter. Darauf erstmal was zu trinken. Was hat denn da auch nicht gefällt? Ich geh mir nach vorne was zu trinken. T мнst du dich. Komm mal runter. Ja. Ja. Das ist das oder was. Du. Du, komm kommst. Ja. Das ist unmöglich. Alles ruhig. Alles ruhig bei B. Ja, der Sniper ist hinten long. Wo war der? Long. Nicht da long. Boah, weint. Weint, das weak. Ey, Digga. Los, ein Punkt wenigstens noch, Leute. Digga, lass mal bitte nicht noch mal Dings. Lass mal nicht runterlaufen, bitte. Ich bin nicht noch mal so sterben, Digga. Sniper in der Mitte. Was ist denn das, Mann? Ich gehe dir schlafen, Mann. Nee, Dennis, ich spiel lieber morgen noch mal. Morgen machen wir was. Morgen ist wahrscheinlich nichts. Ich gehe mal schnell aufs Klo. Ich gehe mal zu trinken machen. Ich gehe mal zu schlafen. Ich gehe mal zu schlafen. Ich gehe mal zu schlafen. Als hältst du einfach komplett los. Ich bleibe fast. Ich habe keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, ich höre die auch nicht. Nein, da hast du was trinken wollen, genau, aber wir sind Landschaft da schon. Ja, okay, alles klar. Ja, ich bin gespannt. Kika? 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 Zehn Minuten nach dem CD, wenn du kannst, bitte, ja? Was? Zehn Minuten nach dem CD, wenn du da mal in Zeit hättest. Zehn Minuten. Ich hab mal ein paar, das ist besser. Oh, das lag voll. Alter. Alter. Ja, der Hostel hat 11,4 Mbit. Ne, pass. Ist das nur bei mir? Ne, bei mir hat das dann auch mega. Oh, schon wieder, schon wieder. Das macht gar nichts. Alter Scheiße. Ach, Digga, kauf dir Internet, Mann. Ne, ich seh nix. Ich kann mich nicht bewegen, Alter, gar nicht. Ne, ich auch nicht. Digga, wer denn diese Bauern kann, Digga, soll ich dem Geld schenken, dass er sich was leisten kann? Da wer ist das 23 Uhr, Digga, und spielt mit so einer Leitung, Alter. Ich krieg's ja, ich krieg ja mein Ticket im Kopf. Hat Download nebenbei noch? Ja, mmh. Perfekt, man, man hostet, man hostet die B, aber dann lädt sich was runter. Bruder, läuft bei dir. Wenn ich, äh, hast... Lädst du nix hoch oder nix runter? Nix hoch oder nix runter? Okay. Wenn's jetzt genau so ist, dann... Ich könnte ja mit meiner 125k Leitung hosten, aber... Ne. Ne. Marcel, bleibst du wieder bis 4, 5 Uhr? Na klar. Oh, ich bin bei Evo Skull gejoint. What? Ich starte jetzt nicht so runter rein. Ja. Ich lasse nicht so runter rein. Echt? Von mir geht's los. Boah, die sind alle auf B, alles klar. Alles klar. Oben Holz, boah, der Push nicht. Alles klar. Boah, die sind alles klar. Oh, der Push nicht, alles klar. Das war's. Könnte ein B werden. B ist fast geflasht. Hab ich. Boah, die pushen durch. Bei uns einer im Spawn. Mitte ist einer. Ja. Och man, ich hasse Legs, ich hasse diese... Ich hab Mitte. Ich komm, ich geb dich Support auch an. Ich geb dir Support auch an. Ich geb dir Support auch an. Ich geb dir Support auch an. Ja. ich habe ich habe ich mit einer weg oder wie kommt die kommen in spawn die ja er hat mich gesehen er ist konferter er ist backsporn wegsporn wegsporn Stop doch! Ach! Ja, ich gehe mal. Warte, geht's. Ich gehe auf der ÖPN. Ich gehe wieder in den Untergrund, ja. Der ist da. Der ist hinten in den Kisten, hinten in den Kisten. Ja, ich hätte hier mal Rösten geholt, Mann. Stur, der ist hinten in den Kisten, ne? Oh, der liegt da, Alter. So wie ein heutiger Hund. Ich habe mich auch gerade gefolgt, wann der das spielt. Was ist der XG überhaupt, Digga? So ein Name, den habe ich mein Leben noch nie gehört. Digga, push dich mal, was ist los? Was ist das? Spielen ohne Taktik, alles, ne? Ja, aber man kann ja trotzdem Maschine sein. Spielen eh schon drauf. Mann, er schluckt wieder in der Mitte. Oh, Mann. A bei B. A bei B ist, ach. Ich stehe hinten in den Boxes. Stark, Digga. Okay, dann. Evo ist das, das ist ein Evo. Lichtig. Den ist Gunky schön getradet, ne? Ja, schön getradet, ne? Ich bin B E, ich bin A. Ich gehe runter und schluchte dich. Ich gehe runter und schluchte dich. Ich gehe runter und schluchte dich. Hab ich, hab ich, hab ich. Hab ich, hab ich. Okay. Ich bin ein Kilo. Window, Window. Mit der Deutsch ist, wie ich bin. Hier. Window ist einer. Boah, fuck. Was war das? Das, 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 wenn man die, das, wenn man die flasht, Digga. Flasht, Digga. Ich verstehe das gar nicht. Ah, die Mitte muss clear sein, Leute. Soll ich Mitte spielen, die ganze Zeit? Ich gebe dir back, ich gebe dir. Ja, dann komm, dann komm ich mit, bitte. Kann ich hier mal. Ich komm auch. Lass mal jetzt mit dir das überspringen. Ich komm auch. Lass mal jetzt mit dir das überspringen. Hallo. Hallo. Mitte. Hier! Haha, gu ca! Ahaha, guck. Geile, vika. Das war doch heiß. Das war's für heute. ne ich gehe mit die digga oder die sind okay die sind ich bekomme ich bei dir ein netten flack einer ist um den fenster um den fenster aber auch bei uns schon ins bohr die haben mich richtig der zerfickt man aber die spielen gierig auf picks digga digga pusht euch mal was los ja ich gehe auch mit ich pushe durch direkt unten durch ja er ist durch wird argo ja bin gar nichts gewesen ja call doch skunkie doch ja hab ich einen nein flack am flack ist noch einer habe ich ja mag er wusste schönes ding ganz stark digga bin ich der einzige das skunkie nicht hat wenn ja dann das mal ja egal so ein so ein man kann sie ansagen aber egal ich lass mich drauf ja 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 ich bin ich bei last alive ruhe bekommen ja 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 ich bin ich bin ich in der blitz der ja 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 ich bin ich jetzt aber auch mit karom ja 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 ich hab mich im jahr ist okay Mh warum spielen wir euch gerade nur so Bumsmaps? ich habe mir den Namen nicht gemerkt, aber auf jeden Fall hat mich gerade irgendjemand mit Sentex gefühlt F.A. Boss und Boss Deswegen doch Boss, du weißt doch Boss wegen Sentex Du darfst, genau Wie lang ist frei Ok, noch was Ey Digga, was ist? Ey Skunk, sorry Digga, das war mein Play Oh, Puck F.A. Man kommt ja allgemein nicht, also Doch, habe ich doch gesagt, zum Beispiel Belong ist frei, alles Man muss nicht kommen, ich brauche schon die ersten Maps, aber egal Ist 22, ist schon 23 Uhr, da muss man sich nicht mehr so viel bewegen Warum schläfst du dann noch nicht? Ficken gehen F.A. 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 Oh, die kommen auf B, bei uns, B lang D lang ist durch, bei uns Da Nice Vika! Was ist das hier? Erschütteln, Alter! Wir brauchen uns das vorne! Tunnels! Vielen Dank. Wenn ich den jetzt noch gehört hätte, dann wäre es ja was anderes gewesen. Danke. Ich mach bill long wieder. Ich fang die aus A ab. Oben B ist einer durch. Ja. Noch einer. Oh ja. Zwei. Oben einer und B long ist noch einer. Ja. Pass auf, links Fikan. Hier seht ihr Skunk, Skunk hinter dir dann. Unten bei A. Ja. Rechts, wenn du rechts raus, wenn du rechts umlässst. Kalkan. Oh Gott, sag ich mal. Wie laut der Gegner gerade war, Alter. Nein, war er nicht. Da ist er. Rechts von dir. Der kommt jetzt links lang. Chill. Du hast Zeit. Hinter dir. Na du hast Zeit. Alles cool. Ja. Viel Zeit. Ja. Ja. Geh auf A. Ja. Nice. Schönes Ding. Huge. Helm da gehört dazu, Mann. Lass mal wieder A gehen. Wer mit mir A kommt. D long sniper. Was? Ich log mich ja. Das geht gerischt. Man kann man nicht. Oh Mann, was ist das? Ey, ich glaub ich hör gleich auf, Alter. Gibt's auch. Alles klar. Ja, egal was sind das mal. Ja, voll das Aim, Alter. Ich will geschlafen gut noch. Gut, jetzt sind's los. Ey, ich hab die B long geworfen. War's gut. Ja. Das hab ich wieder nicht gehört. Lass uns mal alles klar. Okay. Okay. Oh, oh, Sniper. Ja. Ja, das hab ich wieder nicht gehört. Ich lass uns mal alles klar. Okay. 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 Oh, oh, Sniper. B long. Oben auch noch am Top. Alter, was? Oh, ganz stark. Man kann mal nicht den Mund halten, ey. Das ist immer dieses, ähm, wuh, wuh. Könnt ihr ruhig sein? Schafft man das? Hey. Ja, das ist okay. Okay. Pass auf, der sniper ist da aber, ne? Ja, da ist schon einer. Ja, die gehen schon, ja. Nate hat mich halt. Klar. Da steht der direkt. Komm, der ist, äh, unten. Ich hab grad den richtigen Riechel gehabt. Achso. Achso. Wenn wir die Runde von grad eben hätt ich haben müssen. Pusht mal nicht unten raus, äh, Dingens. Ich hör mal ne Nade raus. Unten rein. Okay. Oh, fuck. Oh, boah. Boah, hinten Belong. Am Stein. Belong links, ja. Oh, der ist, äh, oben. Oh, der ist, äh. Oh, der ist, äh. Oh. Snipet jemand gerade Nenner? Mhm. Ach, du wirst jetzt. hab ich der ist da der ist da noch gelbe tonnen in der mitte er ist der mann auf ist durch das bombe den also das ist ein md geschützt mal das recht so muss wenn es nicht mehr mit dem leben Momo hat kassiert. Siehst du was, Vika? Doch, der am Stein. Sniper, der ist weak. Ja, der ist weak. Oh, ja, jetzt hat er... Gönnen wir ihn dir, ehrlich. Da ist er unten. Nein. Böke. Böke. W борter über eine Schmerz. Die Schmerz hat er uns iminget. Und dann wird er da an das Diesen Steak. Dass man nicht. Du bist schon. Also, ich habe die Schmerz hat eingeschafft. Das ist wirklich ein Schmerz. Das ist einer auf A. Und Bombe. Hab ich. Ja. Das sind oben B.A. In dem Schachgong. Oben B.Mitte. Da geht einer hin. Oben drauf. Oh, Sniper. Ist oben Mitte auf der Brücke. Ja, er sieht mich auch. Er hat mich gespautet. Er ist im Spawn bei uns. Er kommt jetzt auf die Mitte. Er ist im Spann mit. Vielen Dank. Ich weiß, wer zukommt. Was schreibt er? Es guckt nicht nur einer zu. Was schreibt er? 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 Schluck, Bruder, ich gern dir vom Herzen meine Kugel. Nimm, Bruder. Stimmt, der Host. Er ist Ebersky. Host fort. Guck dir den Host an, Alter. Kommt mal, push dich mal. Boah, die pushen durch bei uns. Durch die Bombe hoch. Wer ist denn dieser Diego H? Ja, der ist von mir, Mann. Nimm doch nicht. Er kommt hinten, äh, A durch. Er sitzt wohl. Unten. Oha. Digger, Sandwich ist sein Vater. Eigentlich ist dieser, ich find diesen Godfield Gb, find ich gar nicht so krass. Er war doch auch bei TGNS. Er war doch auch bei TGNS, war Dennis? Ja, ja, ja. Und Original Squad auch. Mit dem hab ich zusammen alle gespielt. Und Evo auch. Und Evo auch. Evo war auch mal bei TGNS. Ich hab gegen die in die Wege gespielt und die genommen ihn. Mit ist natürlich frei, wahrscheinlich. Niemals. Oh, shit. Ja, alles klar. Ja, morin. Wir kommen auf A. Ja, oben Fenster. Ah, fuck. Ah, nee. Boah. Okay. Ey, Mann, ich krieg hier ab, das ist bei sowas. Was? 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 Warum ist die Kiezi raus? Was? Was? Mann, schlägt doch nicht Evo Sky. Evo Sky ist, äh, Bunker. Aber Radar. Der ist doch. Alter. Das ist der Bunker. Boah, die kommen von hinten, Leute. Von unten. Deren Sporn kommt, oder? Okay. Oh ne. Was sind denn das für Gegner? Mange ich ja gleich aufzuspielen, Alter. Können nicht mal irgendwie ordentlich spielen. Das ist traurig. Argo, Argo, dritten Argo, Leute, glaub ich. Die sind oben drin, da. Alles klar. Der Schöpfchen. Na, da noch der Schöpfchen. Er war damit. Oh, come on. Oh, come on. Passbar. Die pushen bei uns hinten rum. Da sind die zu zweit. Die pushen bei uns hinten rum. Oh, come on. 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 Jetzt sind wir noch E-Bos, geil. Jetzt sind wir noch E-Bos.